Vertreibe diesen fiesen Eindringling aus deinem Gebiet. Oh, dafür musst du natürlich wissen, wie du deine Kreaturen befehligst. Durch einen Bildschirm hindurch ist das nicht so einfach, aber dafür haben wir ja diese tollen Anzeigen. Die erste Runde beginnt und zwar mit deiner Kreatur. Als Standardaktion ist immer Bewegung vorausgewählt. Indem du ein Zielfeld in Reichweite deiner Kreatur auswählst und bestätigst, gibst du den Befehl zum Laufen. Na los, lass deine Kreatur so weit wie möglich in Richtung Gegner laufen. Pusten wir sie um! Leider ist der Feigling noch immer nicht in Reichweite deiner Waffe. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als deinen Zug zu beenden. Nun ist die nächste Kreatur in der Zugreihenfolge dran. Im Normalfall bedeutet das, dass dein Gegner an der Reihe ist. Die zweite Runde beginnt in der Reihenfolge wieder von vorn, also mit deiner Kreatur. Wie zivilisierte Monster so sind, warten sie in Ruhe ihren Zug ab. Ist das nicht praktisch? Befehl jetzt deiner Kreatur, sich direkt neben dem Gegner zu stellen. Jetzt befiehl deiner Kreatur, dem Gegner ordentlich eins überzuziehen. Das hat gesessen. Aber leider steht er noch. Da deiner Kreatur für diese Runde die Puste ausgegangen ist und sie nichts mehr machen kann, wird dein Zug automatisch beendet. Autsch! Zeit, sich dafür zu revanchieren und dem Angriff auf dein Gebiet ein Ende zu bereiten. Gib deinem Gegner den Rest. Der nächste, bitte! Der nächste, bitte!